Guten Morgen, es ist der zweite Tag unseres Aufenthalts in Istanbul und es ist gerade 11 Uhr oder so. Wir haben uns fertig gemacht und gleich machen wir so eine kleine Tour. Wir laufen einfach rum, wir gehen ein bisschen in den Süden, zu den ganzen Moscheen und zum großen Bazar hoffentlich. Ja, mal schauen, ob es alles so klappt und ja, wir nehmen euch dann mal mit. Das ist die Aussicht aus unserem Fenster, das ist wunderschön, aber in Istanbul sind sehr viele Gebäude like this. Das ist voll traurig. Gleich gehen wir raus. Ja, das ist ein Outfit. Das ist so ein Eintreiler von Monkey, glaube ich. Es ist Monkey. Ja, aber jetzt lass es mal beschminken. Ach, dann. Ja. Ich hab noch so mein Rucksack mit. Musik 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 Wir sind Highlighting und gerade von Wilkamp Park. Wilkamp kommt gerade ein bisschen mit seinem Gimbal-Dingy. Und das Zetter ist sehr schön. Ich sitze hier gerade neben einem wunderschönen weißen Pult. Wir hatten einen sehr schönen Tag. Wir haben sehr viel gemacht. Wir sind sehr viel rumgelaufen. Wir waren auf einem großen Bazar. Auf dem ägyptischen Bazar waren wir auch. Und es sind richtig viele Menschen hier. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich so viele Menschen sehe, die viel reden und einander schocken. Ich bin zu überfordert. Das war unser Tag. Wir trinken gleich einen Kaffee. Let's welcome. Ich werde gerade ein bisschen beobachtet und es ist voll lustig. Ja. Ja, welcome. Was's up, guys? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.